Hey Leute, was geht ab? Hier ist Sinex mit einem weiteren Commentary und heute der zweiten Folge von AdSinex, die Serie, in der ihr mir eure Fragen stellen könnt. Meine Meinung zu irgendetwas, wenn euch irgendwas interessiert, dann schreibt sie unten in die YouTube-Kommentare, wird dann in der nächsten Folge wahrscheinlich drankommen. Oder ihr stellt mir die Fragen auf Twitter an AdSinex und dann kriege ich die auch auf jeden Fall und dann suche ich da die interessantesten Fragen raus. Ja, vor ungefähr anderthalb Wochen habe ich ja die erste Folge rausgebracht. Die kam unglaublich gut an, da habe ich mich super drüber gefreut, weil es unglaublich viele positive Bewertungen gab. Ich glaube fast 120 Likes hat das Video, habe ich mich super drüber gefreut und leider muss ich dazu sagen, dass das Video insgesamt gar nicht so viele Leute gesehen haben. Obwohl ganz viele gesagt haben, die das Video gesehen haben, haben gesagt, dass ihnen das richtig gut gefallen hat, sind explizit auf mich zugegangen, haben gesagt, ey, das Format hat mir richtig gut gefallen, mach da bitte mehr von. Da habe ich gesagt, ja klar, ist ja eine Serie, mache ich jetzt viel mehr von, mache ich jetzt regelmäßig und deshalb bin ich ein bisschen traurig, weil das nicht so viele Leute gesehen haben. Also wenn ihr die erste Folge von AdSinex verpasst habt, habe ich das hier nochmal verlinkt, öffnet sich im neuen Tab, könnt ihr euch gleich angucken. Oder in den Video antworten, irgendwie sowas, dann könnt ihr das euch auf jeden Fall nochmal anschauen. Und heute, wie gesagt, die zweite Folge, habe wieder Fragen von der letzten Folge genommen, von der ersten Folge dann. Und genau, bin sehr gespannt, was ich jetzt gleich raussuchen werde und freue mich schon drauf. Also, AdSinex Folge 2, auf geht's! Und die erste Frage heute kommt von Twitter, Raphael D. hat mich gefragt, kommst du auf die Gamescom und wenn ja, hast du Lust, ein kleines Abonnententreffen zu machen? Ja, ich komme auf jeden Fall auf die Gamescom 2013, ich habe mir jetzt, vor zwei Wochen ungefähr, habe ich mir die Karten bestellt und zwar bin ich jeden Tag da, inklusive dem Mittwoch, also dem Pressetag. Ähm, habe mir also, wie gesagt, die Karten dann geholt, Presseausweis, habe ich dann über quasi einen Kontakt bekommen, beziehungsweise ein Presseticket, einen Presseausweis selber habe ich nicht. Ähm, werde da aber trotzdem reinkommen und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, weil auf jeden Fall am Mittwoch ist es eigentlich meiner Meinung nach am besten, wenn man die Spiele spielen will, weil da halt nicht der große Andrang ist, sondern wie gesagt halt nur die ganzen Leute von der Presse und Fachbesucher, die da natürlich nicht so viele sind und wo man dann halt nicht so lange anstehen muss, um die ganzen Games zu zocken. Leider bin ich an dem Tag, oder was heißt an dem Tag, also leider bin ich zu dem Zeitpunkt noch nicht 18, deshalb kann ich leider noch nicht den Battlefield 4 Multiplayer spielen und Call of Duty Ghosts Multiplayer und Watch Dogs kann man da bestimmt schon anspielen. Da ärgere ich mich ein bisschen drüber, aber dann kann ich auf jeden Fall ganz viele andere Spiele spielen, ohne mich anstellen zu müssen. Das ist auf jeden Fall am Mittwoch und wie gesagt, ich bin auch Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag da, ähm, hab mir auf jeden Fall, also so ein Dauerkartenticket geholt. Und, ähm, vielleicht habt ihr das mitbekommen jetzt am, ähm, wann war das jetzt, ich glaub am Mittwoch war's, haben, ähm, ganz viele Leute aus meinem YouTuber-Kreis, sag ich jetzt mal, äh, diesen Gamescom-Teaser-Trailer hochgeladen. Das sind so 20 Sekunden, wo es eigentlich nur gesagt wird, am Samstag, am Gamescom-Samstag, das ist der 24. ist ein ganz großes Abo-Treffen, da werden noch nähere Infos zu folgen. Auf jeden Fall bin ich da auf jeden Fall auch vertreten, äh, freu ich mich auf, ah, freu ich mich super schon drauf, ich war schon letztes Jahr da. Und, äh, da sind immer ganz viele Kommentatoren, da sind, äh, der Puster wird auf jeden Fall dabei sein, der German LPK will dabei sein, der Tom Hawk Payne ist auf jeden Fall dabei, der organisiert das Ganze. Ähm, Antti und ich sind auf jeden Fall dabei, der Fantu ist da, der, der Syjack ist bestimmt da und dann haben wir noch, oh, wir haben so viele Leute, Mega-Quest ist da, ich will jetzt auf keinen Fall Leute vergessen. Es sind so viele Kommentatoren werden da sein und, ähm, da freu ich mich schon unglaublich drauf, mal wieder mit den Leuten, die man sonst nur so aus Skype kennt und von anderen Kommentaries, mit denen man viel zu tun hat, mit den anderen Kommentatoren, äh, sich mal auszutauschen, vor, vor diesem Treffen da noch ein bisschen zu quatschen und, äh, ein bisschen zu reden und, äh, ja, wahrscheinlich dann noch irgendwelche Sachen zu machen. Und, äh, dann natürlich an dem Abo-Treffen selber, ähm, an diesem Tag am Samstag dann mit, mit euch zu, zu reden, mit euch zu sprechen, ähm, dann, äh, was weiß ich, wenn, wenn, wenn ihr Fragen habt, dann mit euch zu reden und halt einfach nur da zu chillen und ein bisschen, äh, ein bisschen Zeit zusammen zu verbringen, da freu ich mich schon unglaublich drauf, weil letztes Jahr war es schon geil und dieses Jahr wird es halt einfach noch ein bisschen größer und noch ein bisschen geiler. Ähm, Gamescom 2013 selber ist auch richtig cool, ich werde mit Antti eigentlich immer ziemlich viel unterwegs sein, wir werden, ich hab mir extra, äh, eine Kamera geholt, also nicht nur für die Gamescom, aber ich hab mir auf jeden Fall eine Kamera geholt, eine Canon EOS 600D für die Leute, die das interessiert, das heißt, wir werden auch Videos machen von den einzelnen Ständen und von den, von der Gamescom selber, keine Angst, wir werden euch nicht überfluten, aber, äh, wir werden auf jeden Fall viel berichten für die Leute, die die Gamescom interessiert, werden wir ganz viel machen und, äh, da freu ich mich schon unglaublich drauf, denn, ähm, ja, auf jeden Fall bin ich viel mit dem Antti unterwegs, ich werde am, am Mittwoch, also vor dem Mittwoch wird der Fantu bei mir, bei mir pennen, weil der kein, kein Hotel mehr gefunden hat, der ist später bei den, bei den Turtle Tubes ist der, weil der, äh, dann, dann kann er da bei den Turtle Tubes übernachten, die gehen aber nicht am Mittwoch, weil die kein Presse-Ticket bekommen haben und deshalb, äh, pennt der Fantu am Mittwoch bei mir und, äh, der Möhoffs-Mind hab ich schon gehört, der ist am Samstag auch da und, ähm, mit dem werde ich dann bestimmt auch noch irgendwas machen, also, wenn ihr mich dann übrigens seht und ich werde mich vorher auch nochmal zeigen, weil das hat sowieso keinen Sinn an diesem Samstag am Abo-Treffen, werden, äh, einfach so viele Kameras an sein, ich hab das letztes Jahr versucht, da waren schon so viele Kameras an und ich wurde bei einem Schwenker, wurde ich immer wieder aufgenommen und ich hab auch gesagt, wer mich unbedingt finden will, der findet mich auch, ähm, und es waren auch schon auf Twitter, waren einzelne Bilder von mir, ich werde mich kurz vor der Gamescom irgendwann zeigen, dass, äh, ihr da die Leute, die mich dann sehen wollen, dass ihr mich dann seht und wer mich dann sieht, auf jeden Fall bitte ansprechen, auf keinen Fall irgendwie vorbeigehen oder so und denken, hey, ich hab dich gesehen oder so, sondern einfach ansprechen, einfach Hi sagen und, ähm, dann, ja, genau, werdet ihr auf jeden Fall, ähm, mal, mal mit mir sprechen können und, ähm, mal sehen, vielleicht hab ich ja auch irgendwas Cooles dabei für euch, irgendwelche Goodies, Sticker oder so, muss ich mal schauen, gibt bestimmt irgendwas, was man sich da auf Spreadshirt bestellen kann und, ähm, Antti und ich werden auch auf jeden Fall, äh, T-Shirts anhaben von uns und, äh, so könnt ihr uns dann auch identifizieren, also, Gamescom 2013, ich hab bestimmt die Hälfte vergessen von dem, was wir alles machen wollen und welche Pläne wir da alle haben, ähm, auf jeden Fall wird's geil sein, Mittwoch bis Sonntag bin ich da, Sonntag mit, äh, Real-Life-Kollegen eher von mir, also da nicht so ganz viel als Kommentator, aber, das, da bin ich auf jeden Fall auch da, wenn ihr mich da seht, könnt ihr mich auf jeden Fall ansprechen und so viel zur Gamescom, weil jetzt hab ich schon bestimmt vier, fünf Minuten über die Gamescom geredet, also, ganz schnell zur nächsten Frage. Der PV620 fragt mich, wie hast du's gemacht, dass du jetzt offiziell Sinex und nicht mehr TheFollidioten heißt? Ähm, ja, um das mal ganz kurz zu klären, weil mich da schon mehrere Leute gefragt haben, folgendes, mein Kanal heißt TheFollidioten. Was, ähm, ich, das ist ungefähr so einer der größten Fehler meines Lebens bis jetzt, ich weiß, das ist nicht so mega schlimm, aber so viele Fehler hab ich auch noch nicht gemacht und ich bereue das auf jeden Fall sehr. Ähm, auf jeden Fall, Kanal heißt TheFollidioten, weil wir damals, äh, als ich noch mit Lennart was zusammen gemacht habe, gedacht haben, dass das irgendwie witzig wäre, wenn wir das dann auch noch mit F schreiben statt mit V und so. Und so, so hießen wir auf jeden Fall früher. Und irgendwie hab ich den Channel von damals, als Lennart aufgehört habe, hab ich den übernommen, weil wir damals halt noch ein paar Abonnenten hatten und viele Leute haben gesagt, ja, hier, Sinex find ich gut, den möcht ich weitersehen. Dann hab ich gesagt, mach ich nur keinen neuen Channel, sondern behalte ich einfach den alten Channel. Und, ähm, ja, wie gesagt, da hieß ich also weiterhin TheFollidioten, hab aber immer den Titel zum Beispiel oben im Kanal geändert. Trotzdem, der Link, die URL ist youtube.com slash TheFollidioten. Und wenn man Kommentare geschrieben hat, stand da auch TheFollidioten, das war ein bisschen scheiße. Und jetzt gibt's dieses coole neue Feature, was ich wirklich nur jedem ans Herz legen kann, der genau so ein dummes Problem hat wie ich. Man kann jetzt nämlich seinen YouTube-Account mit einer Google-Plus-Page, also einer, quasi wie eine Facebook-Page, nur eine Google-Plus-Page oder Seite verbinden. Und wenn man diese Google-Plus-Seite so nennt, wie man sie halt haben will, kann man die mit dem YouTube-Konto verbinden. Und zum Beispiel, wenn man Kommentare schreibt oder so, steht dann da Sinex. Auch wenn da schon, ähm, wenn, wenn ich, wenn quasi jemand anderes quasi schon youtube.com slash Sinex heißt, der hat zwar seinen Account geschlossen, aber egal. Kann man das auf jeden Fall so machen, dass man halt, dass halt der Name immerhin Sinex, äh, Sinex heißt. Und, ähm, das ist zwar jetzt nicht, nicht offiziell, aber immerhin, wenn ich Kommentare schreibe oder so, steht da Sinex und nicht TheFollidioten, was mich jetzt relativ glücklich macht. Aber die URL ist immer noch TheFollidioten, so wie ich halt ursprünglich hieß. Der Kanal ist, wie gesagt, von 2011 oder so. Also unglaublich alt und ich bereue das, dass ich mich damals so doof genannt habe. Aber, naja, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Und, ähm, naja, also, das ist auf jeden Fall die Geschichte, wie das geändert wurde. Wenn das jemand nicht hinbekommt und, äh, Fragen hat, wie das geht, äh, könnt ihr mich auf jeden Fall gerne anschreiben. Helf euch da gerne, wenn ihr das nicht hinbekommt. Das ist auf jeden Fall eine Google Plus Page. Das könnt ihr dann verlinken mit eurem YouTube-Konto. Und dann heißt ihr halt so, wie ihr die Google Plus Page genannt habt. Auf jeden Fall ein sehr cooles Feature von YouTube, beziehungsweise von Google. Und, äh, ja, genau, so kann ich halt Kommentare schreiben als Sinex. Red West fragt mich, wie kann man nur so schnell reden? Ja, ursprünglich wollte ich diese Frage eigentlich ziemlich verarschen, indem ich unglaublich schnell spreche und indem ich einfach, äh, alles so dahin brappel, aber so, dass man es gerade noch versteht. Das werde ich auch tun, und zwar nämlich gleich im Outro, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, also noch bis, äh, die letzten zwei, drei Minuten durchhalten. Dann könnt ihr mal, äh, mich hören, wie ich unglaublich schnell rede. Aber ich wollte noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil ich in meinem letzten Video, und zwar in dem Video über mobile Spiele, also über Handy-Games, weil ich da so unglaublich schnell gesprochen habe. Und das ist mir später dann auch aufgefallen. Das liegt einfach daran, dass ich meine Videos nicht im ersten, oder meistens nicht im ersten Take mache. Meistens nehme ich das Video auf, einmal komplett, so, keine Ahnung, wie lange das auch immer dauert, acht Minuten, höre mir das dann an, weiß, was ich sagen wollte. Und immer, wenn ich so einen Stotterer hatte, so ein Äh, ähm, dann weiß ich halt schon vorher, was ich da sagen wollte. Dann fehlen mir zum Beispiel irgendwelche Formulierungen, da kann ich halt im Nachhinein drüber nachdenken. Und wenn ich dann weiß, wie ich alles formulieren will, dann nehme ich es halt nochmal neu auf. Und immer, wenn ich da einen Stotterer mache, bin ich meistens so perfektionistisch, gerade in den ersten 20 Sekunden, dass ich das Video dann von vorne beginne. Und, ähm, weil ich es dann immer wieder und immer wieder und immer wieder von vorne beginne, sage ich immer, hey Leute, was geht ab, hier ist Sinex. Und dann verspreche ich mich, dann sage ich es wieder. Und dadurch werde ich immer schneller und immer schneller, weil ich ja immer wieder das Gleiche sage. Und für, für mich ist das ja dann quasi nichts Neues, wenn ich das immer wiederhole. Aber ich möchte es halt ohne irgendwelche Versprecher oder so hinbekommen. Und mit der Zeit werde ich dann einfach immer schneller, weil ich mich relativ stark wiederhole. Und ich weiß, dass das ein bisschen doof ist. Und bei dem Video war das jetzt noch zu, also zufällig halt so, dass ich ein kurzes Gameplay gewählt habe, weil ich gedacht habe, es ist eher ein kurzes Thema, wenn ich halt über mobile Spiele rede. Und, äh, halt so ein bisschen, ich dachte, das dauert nicht so lange. Und mir sind dann, während ich das Commentary gemacht habe, immer mehr und mehr Sachen eingefallen. Und dann wurde das Commentary immer länger und ich wollte es trotzdem auf das gleiche Gameplay bringen. Und dann habe ich am Anfang des Gameplays auch noch eine Minute über das Gameplay geredet, sodass ich irgendwie nur noch sechs Minuten für das Thema hatte. Und dann wurde ich halt immer und immer schneller, weil ich wirklich alles, was ich zu sagen hatte, auch noch reinbringen wollte. Und deshalb habe ich dann am Ende so schnell gesprochen. Das ist mir auch aufgefallen, deshalb habe ich mich jetzt, oder ich versuche auch jetzt gerade in der Sekunde, versuche ich mich, oder zwinge ich mich langsam zu sprechen. Obwohl ich eigentlich immer und immer schneller sprechen will. Das ist extrem schwierig, aber, äh, ich kriege das schon einigermaßen hin. Äh, ist ja auch irgendwie schon so, äh, bei meinen Zuschauern angekommen, dass ich schnell spreche. Aber gut, ähm, ich weiß gar nicht, also das war jetzt hier die letzte Frage, ich weiß gar nicht, was jetzt im Hintergrund läuft. Habe ja schon zehn, knapp elf Minuten gesprochen. Jetzt kommt gleich das Auto, freut euch drauf. Wie gesagt, ähm, äh, ja, das waren alle Fragen. Wenn euch irgendwas interessiert, eine Meinung, ähm, ihr habt irgendeine Frage oder so, schreibt sie in die YouTube-Kommentare. Ich werde es im nächsten Video hoffentlich beantworten, wenn die Frage interessant ist, oder halt auf Twitter an AdSynex. Und ich sage schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Synex. So, herzlich willkommen zum Auto. Wir sehen hier zwei Videos, eins oben, eins unten, und zwar einmal das Mobile Games-Video, weil ich gerade schon gesprochen habe. Und zwar geht es um Mobile Games und die neue Frostbite Go-Engine, die von EA entwickelt wird. Das ist ein sehr interessantes Video. Wie gesagt, habe ich da sehr schnell gesprochen, hat auch nur 580 Klicks. Wie gesagt, ist eigentlich relativ gut angekommen bei den Leuten, die es gesehen haben. Und mein vorletztes Video ist das AdSynex-Video, die erste Folge davon. Was bedeutet Synex? Die Xbox One oder die PS4 war eine andere Frage, war auch sehr interessant, haben viele Leute darüber gesprochen. Und ich werde bei Livestreams machen, da habe ich auch darüber gesprochen, über meine neue Internetleitung. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich würde sagen, scheiße, ich wiederhole mich die ganze Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Synex.